Das Gesetz der Anziehung ist ein recht einfaches Gesetz. Es ist der Einsatz von Visualisierung, um die Dinge im Leben zu manifestieren, die man sich wünscht. Um es wirklich zu verstehen, muss man viel Arbeit hineinstecken. Niemand ist perfekt darin, aber die sind Anzeichen dafür, dass du gelernt hast, die Gesetze der Anziehung vollständig zu verstehen. Hier sind 10 schöne Dinge, die passieren, wenn du dem Universum vertraust. Nummer 1. Du kannst Synchronicität sehen Synchronicität ist eine faszinierende Sache. Sie ist definiert als das gleichzeitige Auftreten von Ereignissen, die in einem deutlichen Zusammenhang zu stehen scheinen. Aber keine klare Verbindung haben. Das ist der Versuch des Universums, dir Botschaften zu schicken. Und wenn du es siehst, empfängst du diese Botschaften auch. Nummer 2. Spaß zu haben hat oberste Priorität. Du kannst nicht hoffen, ein gutes, glückliches Leben zu führen, ohne Spaß zu haben. Harte Arbeit ist wichtig. Aber nur Arbeit und kein Spaß macht das Leben auch langweilig, oder? Nummer 3. Du trägst kein Gepäck mit dir herum. Negatives Gepäck hilft uns nicht weiter. Es belastet uns und hält uns davon ab, unser volles Potenzial auszuschöpfen. Wenn du deinen Ballast hinter dir gelassen hast, bist du auf dem richtigen Weg. Nummer 4. Du nimmst dir Zeit, das Leben zu genießen. Es geht vor allem darum, innezuhalten und die Rosen zu riechen. Das Leben ist kein Wettlauf. Es geht darum, jeden Moment zu genießen und das Leben voll auszukosten. Nummer 5. Du genießt die Gesellschaft von anderen. Es geht dabei auch nicht nur um Oberflächlichkeiten. Du genießt die Gegenwart anderer Menschen zutiefst. Fremde bekommen ein Lächeln und selbst Menschen, die man nicht so gut kennt, werden umarmt. Nummer 6. Du erwartest, dass große Dinge geschehen. Dies ist ein wichtiger Teil des Gesetzes der Anziehung. Du machst dir keine Sorgen über die Zukunft und erwartest nicht, dass das Schlimmste eintritt. Vielmehr erwartest du, dass das Beste eintritt. Das führt dich auf einen Weg, der dich dazu bringt, hart zu arbeiten und zu bekommen, was du brauchst. Nummer 7. Du bist dankbar. Das Universum versorgt uns mit einer Fülle von Dingen. Doch das Universum gibt und das Universum nimmt auch wieder weg. Dankbarkeit zu zeigen, sendet die richtige Art von Energie in das Universum. Nummer 8. Du bleibst positiv. Belangloses Geschwätz und fieses Getratsche haben keinen Platz in deinem Leben und sollten es auch nicht. Wenn du die Dinge positiv hältst, werden die positiven Dinge weiterfließen. Nummer 9. Du schwimmst mit dem Flow. Es ist wichtig zu erkennen, dass du nicht alles unter Kontrolle hast. Es gibt Dinge in deinem Leben, auf die du Einfluss hast. Zum Beispiel, was du tust und mit wem du zusammen bist. Aber das war's auch schon. Lass dich einfach treiben. Nummer 10. Du übernimmst die Verantwortung für dein Leben und deine Handlungen. Das ist alles, worüber du die Kontrolle hast. Und wenn du etwas vermasselst, ist es okay, es zuzugeben. Vertraust du dem Universum? Schreib es uns in die Kommentare. Wenn dir das Video gefallen hat, lass ihm ein Like da und vergiss nicht, unseren Kanal zu abonnieren.